Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, es ist traumhaftes Wetter. Die Amiro und ich werden heute ausreiten gehen und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit auf einen interaktiven Ausritt. Die Amiro will auch schon losgehen, er ist schon ganz nervös. Das sieht so aus, dass ich einfach jetzt losreiten werde. Es gibt verschiedene Wege, die ich reiten kann und ihr dürft dann auswählen, in welche Richtung ich reite. Wie das geht, erfahrt ihr noch im Video, das werdet ihr dann sehen. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los, sonst wird der Amiro hier noch ungeduldig. Also bis gleich und viel Spaß beim Video. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir reiten jetzt quasi aus diesem Tor raus, vom Hof weg. Wie ihr seht, die Amiro ist ziemlich fleißig unterwegs heute, weil, wie ihr vielleicht auch sehen könnt, wir haben ihn heute geschoren und jetzt hat er so lang stillgestanden, dass er jetzt mal erstmal in Bewegung kommen muss, wo da kommt ein Pferd. So, ihr dürft euch jetzt aussuchen, links oder rechts. Dann einfach auf den entsprechenden, auf das entsprechende Video jetzt klicken, was ich euch einblende. Amiro möchte jetzt erstmal Pferd gucken. Je nachdem, welche Richtung ihr auswählt, in der Richtung geht es dann weiter.